Ja, wer rammt mich denn an? Ciao, Fab! Nein, nein! Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch in einer neuen Folge von GDA Online. Zusammen mit dem großartigen Taros, mit dem unfassbar sympathischen Fab 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 Fabian und Max. Ey! Das sind jetzt übrigens neue Races mit diesen Special Cars. Ja, heiß! Mit dem Raketenauto, dann gibt es ja noch den Runa, das mit dem Fallschirm und was weiß ich, was es dann hier alles gibt. Und wir spielen jetzt gerade das mit dem Raketen und dann gucken wir danach noch mal irgendwie ein anderes. Genau. Was jetzt ganz speziell an diesem Rennen ist, ist ein eben normales Stuntrennen, aber man kann jetzt, und das habt ihr auch in die Kommentare geschrieben, eben mit den neuen Special Cars spielen. Wir spielen jetzt hier mit dem Raketenauto, es gibt aber auch den Ruiner, wie heißt der auch so? Der Runa. Der Runa. Der Runa. Der ruiniert dein Leben, wenn du mit ihm fährst. Also das Kid-Auto, das ihr in meinen Folgen so oft gesehen habt, weil ich das so liebe und mit dem man so springen kann und sowas. Und da schauen wir uns jetzt in den nächsten Tagen mal ein paar an. Das ist nice, dass wir jetzt auch wirklich nur das Auto nehmen können. Das heißt, es gibt hier wirklich keinen Vorteil mit irgendwem irgendwas. Das stimmt. Ich mach mal die Luftgitarre nochmal. Ich wink ein bisschen, Alter. Und ich wette mal, ich wette mal ein Huni. Ne, 300 wette ich auf dich. Die Tausender wette mir direkt, Alter. Ne, Tausender wette ich auf mich. Ist Öli dabei? Ne. Ne, Öli ist nicht da, aber ich glaube, da können wir auch mal ein bisschen was drauf wetten. Taros hat natürlich auch einen guten Run die letzten Male gehabt, auf den werde ich diesmal auch. Ich bin aber noch nie ein Raketenauto gefahren. Ganz kurz sagen. Ja gut, das darf ich nicht unterschätzen. Das ist halt jetzt die Frage, wer von den ganzen Leuten hier schon mal so eins gefahren hat. Fapp hat mich die letzten Male so ein bisschen enttäuscht irgendwie. Ich nicht, ich nicht. Neh mich nicht. Wie kann man denn den Boost aktivieren? Weil du so Probleme bei den Rennen hattest. Du warst ja normalerweise auch mal ins Tor. Ja geil, das war irgendwie abgedrängt worden oder irgendwo gegengeknallt und dann... Und die Walrides konnte ich nicht. Wo gebe ich denn nochmal Gas? Oh Gott. Oh Gott. Nein! Nein, was passiert denn hier? Mich hat's komplett weggefetzt. Nice. Ich bin gegen den Wagen. Kann ich aussteigen? Was war das denn jetzt hier gerade? Oh Gott. Der ist komplett weggeflogen. Könnt ihr kurz anhalten und warten auf mich? Ja, ist gerade ein bisschen schwierig in der Tat. Okay. An der Tanke, ja? Treffen wir uns an der Tanke? Man kann den Boost übrigens auch wieder deaktivieren, indem man nochmal drauf drückt. Möchte ich euch nur nochmal den Tipp geben an dieser Stelle. Alter. Ach, wer will denn? Deaktivieren. Wie oft kann man den Stoff geben? Oh, Alter. Sorry, man. Es tut mir leid. Oh Gott. Alter. Das Ding ist, wie gesagt, ihr könnt das ja irgendwie alle paar Sekunden noch wieder machen, ne? Also sucht das aus. Ja, ja, klar. Danke für den Tipp. Man muss ja... Man muss ja herbleiben. Ha! Ich kuschle hier gerade mit einem. Ich komme der Fäger für mich rauf hier. Oh oh. Ne, alles gut. Schade, du suchst regenerate das natürlich nicht. Ooooooh. Oh, über mich rübergefetzt, Alter. Krass. Taros, Mann. Hau rein, Alter. Max, bitte. Hör auf. Ich wollte an dir vorbeiziehen, Mann. Oh oh. Das war ich nicht. Das war dieser andere Typ. Leute, ich glaube, der Spielsound ist bei mir ein bisschen leiser. Es leckt total bei mir. Bei mir lecken die Leute hier teilweise. Bei mir nicht, aber bei mir ist der Spielsound auch extrem leise. Ah, okay. Oh nein. Weißt du, wie dieses Hybridauto ist, Fab? Erinnerst du dich? Ja, wo ich letztens schon mal meinte, dass ich da so ein Hybridauto habe, weil das kein Sound gemacht hat. Oh nein! Der hier ist auch total leise. Oh nein! Oh nein! Ich wurde komplett gedreht, Alter. Alle ziehen mir vorbei. Weg, 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 weg! Oh Gott! Ich bin direkt hinter Max. Das wird wohl eher nichts hier. Oh, wer dreht sich denn da so krass? Oh Gott! Taros, bist du Erster? Ja. Okay, da hab ich ja ganz gut gewettet, ey. Sag es nur, wie lange. Oh Mann! Tatsächlich, ne? Wie lange hast du gewettet, Fabian? Äh, 500 auf ihn. Das klingt gar nicht schlecht, ey. Ich hab grad den Unfall seines Lebens gemacht. Habe ich gesehen da hinten. Hahahaha! Sorry, ich musste kurz aufstoßen. Das passiert im höheren Alter mal. So Max, was machst du jetzt? Machst du jetzt einen Fehler, oder? Ne, das würde ich nicht machen, ey. Was ist mit dir? Ne, alles gut, alles gut. Ich versuche die ganze Zeit den Windschatten noch mitzunehmen. Was ist das Gelbe? Was ist das Gelbe? Wie fall's mir? Kannst du den Boost, damit ist der Boost irgendwie ganz kompikiert. Ah, der Boost die ganze... Ah, nice. Das ist ja richtig nice. Macht er den dann automatisch? Ich hab jetzt gedrückt, aber... Ja, automatisch. Okay. Oh Gott. Das ist so nice, ey. Geht dir alles echt immer wieder was Neues einfallen? Das ist echt schön. Mir gefällt das auch sehr, sehr gut. Du kommst gerade an mich ran, kann das sein? Nee, es baut sich nicht so wirklich so ein Geschwindigkeitsgefühl. Oh Gott. Was ist das denn jetzt? Oh no. Was ist los? Oh Gott. Oh Gott. In der Luft kann man das Ding auch noch mal feiern, Alter. Oh 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 oh. Bam. Ob das jetzt gut war, weiß ich nicht, aber... Oh, was ist das denn für gerade Ramp da unten, Alter? Alter. Alter. Ich fliege, glaube ich, viel zu weit. Wie weit hoch sind wir? Ich hab Angst, Leute. Leute, ich hab, glaube ich, ein Problem. Ich hab, glaube ich, ein fettes Problem. Oh Gott. Oh, wobei? Oh, wobei? Ich drehe mich zu sehr. 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 Oh, ich kann die Kaya nicht mehr ausbalancieren. Oh Gott. Nein! 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 Ich will mit diesem Dritter werden. Oh man, nee! Wieso hab ich denn so viel gedreht? Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab auch voll geschliert da auf dieser Ramp dann, ne? Ich will immer wieder beim Helikopter... ... über dem Helikopter. Weißt du, so links und links, mal. Helikopter, Alter. Helikopter, Alter. Bist du hinter mir? Oder vor mir? Ja, so schräg über die, äh, auf der rechten Seite. Okay. Die Fliegsperge, der geil sieht das aus. Die schwarze. Der sieht mega geil aus. Von deinem Face dabei, Alter. Du hast gerade von nach vorne gepückt, obwohl die noch gar nicht aufgekommen ist. Gib, gib Stoff, gib Stoff! Komm, 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 komm! Noch 10 Sekunden, Leute, gib Start! Ja, wer rappt mich denn da? Schau, Fab! Nein, nein! Fab! Oh, Mann, ey! Du hast noch mal den Boost weggemacht, Bergmann. Ja, weil ich rückwärts fahren musste. Berge fährt so rückwärts ins Ziel, drückt dann noch mal Boost und fährt vom Ziel wieder weg, Alter. So, Freunde, wir sind wieder da. Ja, wir spielen jetzt DER Looping. That was too much. Guck mal, diese Gas-Hähne da hinten, Alter. Wie das aussieht, nice. Oh, welche Gas-Hähne sind da? Das sind Zeppel-Line sind da. Das ist nicht viel beeindruckend, da war ein Zeppel-Line gerade. Wir fliegen gleich über Zeppel-Line. Das ist ein Zeppel-Line. Ja. Ah! D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Ja, das freut mich. Das erfüllt mich. Nein! Geht doch alle weg. Geht doch alle weg. Ja, wie, was war das denn, Max? Da waren, da waren, da waren Probleme, waren da. Ja, genau, wie man hier einfach weggefetzt wird, Alter. Alter. Aber wie geil lässt sich das irgendwie wieder fahren? Alter. Lässt sich das geil fahren, Max? Ja. Also steuern, diesmal Kameratext. Mal gucken, wenn ich mir das mal angucke. Naja. Naja, das ist echt ganz geil. Also ich muss sagen, von der Kamera ist das aber echt ganz heiß. Ja, ne? Mhm. Oh, oh, ich fetz da voll gegen. Ich fetz... Oh, Alter. Okay. Oh, wie der Kontroll jetzt erstmal wieder ein bisschen. Ja. Man kann... Oh! Oh, Alter, die haben beide einen heftigen Unfall hier gebaut. Okay. Wo muss ich schlagen? Ah! Oh, über ihn rüber, Alter. Mega nice. Nein! Wo muss man denn hier hin? Wo muss man hier hin? Ach da, okay. Weiß ich nicht. Oh, 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 oh. Komm schon. Yes, baby. Alter, no! Oh, Mann! Wieso verliere ich immer die Zweikämpfe? Ich verstehe das nicht. Wer, 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 was macht Tab denn da? Ich weiß es nicht. Ich da! Und wieso fahre ich an der Wand, obwohl ich auch runter hätte fahren können? Oh, nein! Wie dumm war das denn? Oh, Gott. Nice. Ja. Ja. Mega dumm. Was hast du gesehen? Oh, wobei? Wobei? Oh nein, auf ihn rauf! Oh nein! Okay, irgendwas ist da. Direkt! Booth geben! Booth geben! Ja, 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 ja! Ich sehe euch, ich komme zumindest ran. Taus, du bist immer weiß, ne? Hm. Was spackt er denn so ab hier vorne? Oh, oh, Gott! Hä? Was hat er denn? Der... Entweder leckt er richtig hart. Adantes, gehen wir mal. Bitte mach jetzt keinen... Scheiß. Fab, mach das, wenn du wegkommst hinter mir da, Alter. Hä? Meine Turbine ist der, wie kaputt ist, wo verrutscht das Teil. Pfff! Jetzt komm, gib Gas, Alter! Ich trebe, ich trebe ihn heute. Scheiße. Was los? Das war's. Ich hab auf dich gewettet, Alter. Enttäusch mich nicht. Zu spät. Oh, 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 oh. Da vorne, der streitet, der geht immer voll auf... Oh, nee! Alter! Weg, 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 weg! Weg, weg, weg! Wieso, wieso beim Supermarkt? Beim Einkaufswagen? Weg, 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 weg! Oh, nein! Mann, Berg, Mann! Was war das? Was zum Geier? Ich bin echt... Oh, nein! Hau ab da hinter mir, hau ab da hinter mir. Oh, nein! Oh, danke! Dante? Was passiert denn? Dante? Oh, das war knapp. Dantes Inferno, Alter. Dantes B. Alter, was hat er denn da für ein Problem hinter mir? Oh, da hat er dann gerade einen Abgang gemacht. Nein! Scheiße! Ich bin echt... Man hört nur so eine Explosion. Ja, die hab ich auch... Oh, nein, nein, nein. Das kann alles nicht wahr sein. Das ist echt fies gemacht hier, ey. Aber es ist ein geiles Race, kann man nicht anders sagen. Oh. Ich hab echt Fun gerade. Ich bin echt... Fun, 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 Fun! Fun, Fun, Fun! Oh, Alter, wieso ist denn der immer schneller als ich? Gibt's zwei Runden hier. Der leckt voll. Ich hoffe mal. Ich glaub aber nicht. Ich geh mal in die Sandkamera, Alter! Oh, zwei Runden. Oh, nice! Es sind höchst zwei Runden. Oh, Gott. Oh, der eine ist... Ich glaub, ich aktivier den Boost nicht aufgenommen. Oh, nein! 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 In der Kurve den Boost am besten nicht aktivieren. Aha! Okay, okay. Ich bin komplett rausgefetzt. Das heißt... Das Ding ist aus der Kurve raus, den Boost aktivieren. Ja, danke, Alter. Was war das denn? Danke, Alter. Und go, Alter! Bam, bam, bam! Bam, bam, bam! Welche Platz seid ihr? Ich weiß es nicht. Dritter. Hast dein Hand immer noch aus? Ja, ja. Ich mag das Risiko, Alter. Schleicht kein gefährlich. Denso ist wieder erster. Ja, der beherrscht es mit den Raketenaufsägen. Auf ihn hab ich gewertet, ein Tausender. Nein! Vollgas, Bergy! Raus! Okay. Nein! Ich seh ja gar nichts jetzt. Die ganze Zeit schreit irgendjemand immer nur, nein! Oh mein Gott! Ja, das ist aber auch echt krass, oder? Ja, das ist echt krass. Man hat halt auch andere Möglichkeiten aufzuholen, irgendwie. Das ist echt krass. Das ist aber schon krass, oder? Aber echt. Schon mega krass, Alter. Oh nein! Das ist aber echt unfassbar knapp gemacht hier. Achso, ich dachte krass. Nee. Das heißt, bist du das da vorne? Kann das sein? Oh Gott! Damit hat er nicht gerechnet, damit hat er einen Fehler gemacht. Oh Gott! Tschüss, Digga. Tschüss, 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 tschüss. Oh, er hat Fehler gemacht. Er hat nicht mehr damit. Nein! Komm, 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 komm! Ich glaub... Ey, du sagst zu 90% der Folge einfach immer die ganze Zeit nein. Irgendwas passiert bei Ferb. Welche Kassierung bist du denn, Ferb? Ein Nein-Counter. Ein Nein-Counter. Ein Nein-Counter. Ein Nein-Counter. Oh, das schreibt uns in die Kommentare. Oh, Windschatten, Alter! Oh nein! Oh nein! Okay, das war's. Das war's. Was war's? Ich dreh mich einfach komplett in die Luft. Aber so hart. Das kannst du noch retten, Max. Nee, 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 nee. Ah, wobei, doch, doch, doch. Nein! Ha! Oh, Max! Oh Gott, Alter! Du bist genau vor mir runtergekommen. Oh, nee, wie leer. Komm mal runter. Alter. Ja, fuck. Schokalaka! Oh Gott, ich komm schräg rein. Bist du das da wieder? Max hinter mir? Nee, hinter dir ist ein anderer. Okay. Ah, nee, ey. Alter, wie die einfach überall rumfliegen, die Autos. Nein! Jetzt kommt ein richtiges Hotwheel-Feeling. Das ist doch scheiße! Scheiße! Was ist da aus? Oh Gott, das war's. Oh, Alter, 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 Alter! Und raus aus der Kurve, Alter! Komm schon! Nein! Immer in diesen Überholmanövern werde ich einfach rausgekickt, Alter! Das gibt's doch nicht. Und die anderen haben immer Glück. Die anderen haben immer schlafen, die passiert nicht. Nein, mir ist aber das gleiche gerade passiert. Ich seh gar nichts hier. Alter, ich bin echt... Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ja, ach, komm. Wie dumm war das denn? How stupid was that? Oh Gott, Alter. Ja, Max, machen wir das gleiche nochmal. Genau, megaschlau. Fab findet's amüsant. Fab hat richtig fun gerade. Hm, fun, fun, fun hat der Fab gerade. Ja, dritter, würde ich sagen. Mega nice, ich bin elfter gerade hier. Aber trotzdem nice race. Ja, war geil, oder? Wer ist erster geworden? Denzer. Ich hab schon wieder auf ihn gewählt, der Kohle gewählt. Das ist ganz geil. Das ist doch schön. Das ist schön. Ja. Das freut mich sehr, Max. Hauptsache, du hast Geld gemacht. Ha! Was war das denn? Der Team ist voll auf mich draufgeklatscht. Oh, 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 oh. Komm, gib mir den Windscher. Gib mir noch den Windscher. Gib mir noch den Windscher. Bitte! Warum stehen hier so viele Leute? Mann! Der steht einfach nur da. Nein! Nein! Was ist da los? Komm, der schafft es noch. Ja. Drei, eins. Komm, 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 komm. Ah, ganz knapp. Ja Leute, das fand ich, waren sehr, sehr interessante Races, in der nächsten Folge stürzen wir uns auf den Runa, ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Wird's euch gefallen, lasst uns die Bewerbung da, schaut auch bei allen anderen vorbei und dann hören wir uns morgen wieder bei GDA, vermutlich so gegen 15 Uhr, macht's gut, tschüss. Tschüss Leute.